Man hat mir erzählt, dass Sie unter einer besonderen Obsession für einen bestimmten Gegenstand leiden. Mir geht's gut. Sicher. Schauen Sie sich diese Bilder genau an. Bitte sagen Sie mir, woran Sie denken, wenn Sie die beiden abgebildeten Gegenstände miteinander verbinden. Der eine Gegenstand leitet sehr leicht und der andere ist so stabil und transparent wie Fensterglas. Der eine Gegenstand ist sehr hell und der andere sehr unauffällig in seiner Eleganz. Sound Crystal. Ein perfekter Mechanismus, der jedes Teil vereint und etwas, das optimal verschlossen ist. Sound Crystal. Ein Gegenstand, der robust ist wie ein Safe, aber gleichzeitig transparent wie eine Kristallvase. An was soll ich denn denken? Sehen Sie hier. Jetzt zeige ich Ihnen Bilder von Sound Crystal und Sie sagen mir, woran Sie sie erinnern. Ampter, advanced solutions for your store.